Der heutige Thema heißt das Gegengift für die Sünde. Ich möchte heute gleich ins Thema führen, weil ich bin schon darin alles super, lustig und fröhlich. Aber wir müssen es auseinandernehmen, das Thema, weil in jedem Menschen gibt es die Not. Von der Sünde frei zu werden. Jeder Mensch möchte sich befreien von der Sünde, aber nur die wenigen schaffen es. Einzelne Menschen. Es gibt keinen Menschen, der einfach die Unabhängigkeiten vor sich geben möchte. Es gibt keinen einzigen, der das nicht möchte. Der sagt, mir gefällt das alles. Die Menschen lügen. Die spielen mit dir. Und selber da hinten, irgendwo in Einsamkeit, weint das Herz von denen. und versteht und versucht, die Probleme zu lösen, wie man herauskommt, wie man sich befreit. Was muss man machen? Wo muss man hingehen? Wen muss man das sagen? Und wie und überhaupt das passiert? Ich möchte von Anfang an sagen, dass der Prediger einfach die Offenbarung aussprechen kann, der Gäste kennenlernen. Aber ändern euch könnt ihr nur, wenn ihr das euch zu Nutze macht. Ich glaube, dass der heilige Geist, dass der Jesus jetzt im Moment mit hohen Herzen arbeitet. Der hat alles geschaffen dafür. Aber du kannst dich nur verändern, wenn du das annimmst, das Erkenntnis, in deinem Leben. Es gibt deine U-Daten, egal in welcher Konfession du angehörst. Wenn der Gott dich hierhergestellt hat, oder dahin, wo du bist, dann hast du die Erfahrungen schon bereits gesammelt. Wort Gottes ist nicht einfach so. Es fliegt nicht einfach rum. Es ändert auch Menschen. Und wenn wir das zu Nutze machen, dann ändert sich alles in deinem Leben. Hundertprozentig. Wie kannst du das garantieren? Jesus ist gestorben und nachverstanden. Mein Jesus, das ist mein Garant des Lebens. Heute. Aber alle, alle möchten Sünde von der Sünde befreien, oder? Ich glaube daran. Amen. Super. Laune. Es ist wärmer geworden. Frühling ist gekommen. Sogar Worship ist fortan das. Lobpreis. Wir haben heute durch den Wurfbruch innerhalb von vier Jahren. Manchmal, manchmal gibt es Kriege. Manchmal gibt es Trauer. Es gibt Momente, wo wir weitergehen. Manchmal haben wir auch Freude. Alles passiert im Leben. Ich verneine es nicht. Und ich möchte in das Thema gehen. Und das Erste, was ich sagen möchte, das ist das Wort Gottes. Johannes 3. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, der ein Pharisäer, der Name Syncademos. Alle wissen, der Pharisäer sind, zumindest die, die Bibel lesen. Der war kein einfacher Pharisäer. Der war jüdischer. Der führende Mann des jüdischen Volkes, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Weißt du, der konnte am Tageslicht nicht zu ihm treten, zum Jesus. Er wollte das im Geheimnis machen, weil er wollte sich von der Sünde befreien. So wie du auch. Weil am Tag kannst du nicht zum Jesus gehen, weil jemand sieht das vielleicht. Vielleicht denke ich bei dir schlecht danach. Ein Mensch aus der Welt. Amen. Da draußen. Und Pharisäer fangen an in die Nacht. Und normale Christen haben morgens, morgens, die keine Angst haben, Ich möchte, dass Menschen schlecht über dir reden. Ich möchte, dass in meinem Namen, in meinem Pass sieht man nicht meinen Namen, sondern Christus. Nicht Maschgut, sondern Christus steht darin in meinem Pass. Dass mein Name einfach verschwindet. Ich möchte den Familiennamen von meinem Gott tragen. Der ist mein himmlischer Vater. Lesen wir weiter. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der Gott Gesamtkirche. Denn niemand kann solche Wunder tun, wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Der dritte. Jesus entgegnet mir. Ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ausrufezeichen. Viertel. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Fragt Nicodemus. Nein. Es steht jemand, worüber gesprochen wird. Stellt euch vor, wenn Nicodemus nachts stellt die Fragen dem Jesus Christus. Er versteht, dass er braucht diese Neugeburt. Weil der Koch. Er kann doch nicht in den Leib deiner Mutter zurückgehen. Und zweitens mal auf die Welt kommen. Jesus erübte. Ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht im Reich Gottes hineinkommen. Sechster Vers. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Diese Stelle ist sehr bekannt. Wurde schon so oft darüber gesprochen und schon gepredigt. Falls nicht, wenn du das noch nicht davon gehört hast. Es gibt Geburt vom Geist und es gibt Geburt vom Leib, vom Fleisch. Und diese Prozesse sind sehr bekannt vielen Christen. Aber nicht jeder ist im Geist wiedergeboren. In meiner Erfahrung als Christ oder im Dienst, habe ich gemerkt, dass viele sich quälen. In Anführungsstrichen oder auch nicht. Die quälen sich wirklich. Eine Zeit lang war ich auch gequält. Davon versteht mich jemand. Diesen Menschen denken, dass jemand das Privatleben geklaut hat. Sie bemühen sich, zum Gottesdienst zu kommen. Aber nur die eine Phrase bewegt dich. Ich muss doch da hin, in die Kirche. Weil genauso warst du da auch. Sag doch, reist den Herrn. Du musst doch am Sonntag vorbeikommen. Und Hektensetzen. Heute ist Feiertag. Aber ich möchte heute viele hartige Sachen einfach zerstören. Mit Wort Gottes. Nicht mit physischer Kraft. Ich muss doch in die Kirche kommen. Ich bin doch Christ. Ich muss in die Kirche. Ich muss das Ostern. Ostern ist heute in Russland. Erster Mai. Heute ist Feiertag. Lasst uns heute feiern. Im ersten Mai. Ist alles okay. Und diese Phrasen. Wer wird jemand was denken? Wer wird jemand was sagen? Wohin? Wofür? Wenn ich nicht gehe, was dann? Dann verschwinde ich vielleicht. Irgendwo war das. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, das war ein Märchen. Über Dr. Aibalid. Wenn ich nicht gehe, dann werden ja doch sterben. Die ganzen Tiere. Die armen Tiere. Elefanten. Affen. Wisst ihr noch dieses Märchen? Wer hat es gelesen? Sehr gutes. Märchen. Ich habe gemerkt, dass der Halle Geist mich aufmerksam gemacht hat, auf solche Sachen. Und eine Tradition auszuführen, religiöse, kann den Menschen ohne Probleme. Kniebeugen und so weiter. Aber Lüge hinter sich zu lassen, irgendwas zu machen, einfach den Gott zu lieben, ist das ein Problem. An der Tradition ist es ganz einfach. Zu machen. Ikone zu kaufen. Ich sage, das ist alles normal, aber ohne Liebe Gottes arbeitet alles nicht. Komm und sehe, wenn du zum Gebet gekommen bist, zum Gebet gekommen bist, das ist kein Problem. Aber was vom Fleisch kommt, das ist Fleisch. Aber vom Geist, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und die Menschen führen alle aus, alle Traditionen. Es gibt so viele. Die machen alles. Und wisst ihr, ohne Probleme, ohne sich anzustehen. Aber das Herz ändert sich nicht. Die Sünde, so wie die war, so beleidigt es auch. Dein Verstand, wie es in der Sünde schaut, solltest du es auch weiterhin machen. Und lieben, eventuell. Was ist das? Ist das Christentum? Ist das Kirche? Versteht ihr? Manchmal spreche ich über Lehren. Manchmal motiviere ich Leute, aber manchmal. Ich spreche ich über geistliche Sachen. Ich habe schon lange nicht darüber gesprochen und gepredigt, aber ich versuche jetzt einfach ein bisschen gut und sanft rüber zu bringen. Ich spreche nicht gegen die Menschen. Die Menschen sind nicht meine Feinde, aber die Geister, die bösen Geister. Ich hasse den Teufel, genauso wie du wahrscheinlich auch. Ich hasse den Teufel. Ich hasse, was der Geist dieser Welt macht, wie er die Menschen tötet und belügt und mit der Lüge zu den Menschen kommt, um angeblich ihnen Freiheit zu geben. Und dann schaust du, wenn die Menschen in eine lebendige Gemeinde kommen, damit du wisst, die Gemeinde ist ein lebendiges Instrument von Jesus Christus. Wenn du den Menschen sagst, die da hinkommen, du musst das und das machen, um das zu verstehen, dann kommt diese Atmosphäre von Gequälten. Du hast gestohlen, du hast, du glaubst mein Glück und glaubst meine Jahre, mein Lieblingsspielzeug. Familie, ich glaube, dass jetzt wirklich Gottesdienst aufsteht, wo die Pastoren und Pfarrer einfach überdenken, das, was sie machen, dass sie kein Spielzeug verteilen, ein geistiges Spielzeug verteilen, damit die einfach beruhigt werden. Sondern es wird ein wirklich lebendiges Leben geben, echtes Leben. Und dann wird auch der Christ weitergehen, den man beruhigt hat, aber ändert sich nichts. Es passiert nichts. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Menschen einfach schlafen können. Also die Prediger oder die Gottesdiener, die die Menschen belügen, die einfach über die lachen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Geist dieser Welt einfach über dich lacht, wenn du diese Spielzeuge und ich sammelst. Die geistlichen Spielzeuge. Aber es ist selbst gequält, es verbrennt in dir. Frisch dich auf von innen. Alles. Und dann bist du äußerlich, oberflächlich sehr schön, aber im Inneren ist nur der Tod. Liebsten, seit dem Thema, du bist gekommen in eine lebendige Gemeinde. Versteht einfach, du musst hier nichts erfüllen in der Gemeinde. Du musst hier leben in der Gemeinde. Amen. Möchtest du Freiheit? Wer hierher gekommen ist, der schon länger dabei ist. Spiel hier kein Spiel. Lebe einfach hier, so wie in deinem Haus. Wenn du zu Hause bist, hast du Regeln bei dir zu Hause, was du machen musst, wenn du in deine Wohnung kommst. Hast du solche Regeln bei dir zu Hause. Du musst aufräumen, kochen, schlafen, Zähne putzen. Hast du das? Hast du diese Liste? Genauso hier auch. Wozu brauchst du die Liste? Diese unsichtbare Liste, wenn du in die Gemeinde kommst, dann musst du dir darüber nachdenken, wie du dich übernehmen musst, was du tun musst hier. Bekommt hier die Freiheit jetzt. In der Gemeinde musst du leben. In der Gemeinde musst du leben, so wie du auch lebst, zu Hause auch. Leben. Sogar wenn du in der Gemeinde lebst, und irgendwelche Fehler kommen, ist es egal. Man bittet darüber, und dann geht es weg. Und alles bleibt stehen, die Sünde. Dafür gibt es auch die Gemeinde. Nicht, um dir einfach Spielzeug zu schenken, geistiges Spielzeug. Sondern dafür, dass man von dir die alten Kleider nimmt, damit du siehst, was dich druckerlern hat, und dass du bereit bist für ein neues Leben. Daher wird in unserer Gemeinde nichts verkauft. Wenn du irgendwas brauchst, komm zu uns. Wir geben dir das nicht einfach so, umsonst. Wenn du möchtest, segnen. Hast du die Möglichkeit, kannst du segnen. Wir haben auch ein Konto. Aber kaufen kannst du hier nichts. Wenn du es kaufen kannst, dann ist es geistiges Spielzeug. Dann kann man sagen, ich habe es gekauft. Ich will was dagegen haben. Ich glaube, dass diese Zeit kommt. Zeit vom Echten. Zeit vom Echten. Ich bitte euch, zerstört die ganzen Listen, was du in der Gemeinde machen musst. Du musst nur eine Entscheidung treffen. Du musst leben. Leben mit der Gemeinde. Leben in der Gemeinde. Dann wird dich auch nichts quälen, dass du dich morgens aufstehen musst, gefahren, hingefahren bist, dass du die letzten Gelder ausgegeben hast. Für die Fahrt. Auch sowas kommt vor. Wenn du nicht nach Hause kommen kannst heute, dann kümmern wir uns darum, dass du nach Hause kommst. Wirklich. Nicht, dass jemand sagen kann, ich bin umsonst hier gekommen. Wäre ich das nächste Mal gekommen, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber weißt du, deine ganze Familie ist heute hier. Wenn wir sagen, dass du euch umarmen sollst, dass du dich kennenlernt gegenseitig. Du kannst dich gerne vorstellen, wenn Gott dich heute vorbereitet hat für dein Leben. Wer ist heute gekommen? Du kannst dich gerne vorstellen. Das ist dein Freund. Freund, den du noch nicht hattest. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Dass dieser Mensch, der heute getroffen hat, der wird irgendwas aktivieren in dir. Durch ein Wort, was er sagt. Was dein Herz berühren wird, dein Verstand berühren wird. Dann wirst du ganz andere Wege gehen. Nicht in dein altes Leben, sondern in Jesus Christus wirst du folgen. In meinem Leben war das so. Wie oft bin ich schon gefahren, habe gesucht. Ich hatte früher angeblich viele Freunde. Aber das war alles Lüge von dieser Welt. Das waren keine Freunde. Das waren Freunde, weil ich Finanzen hatte. Weil ich Position hatte. Und, und, und. Weil die davon Nutzen hatten. Aber einmal bin ich zum Gottesdienst gekommen. Ich habe die Menschen mitgebracht, zum Encounter zum Beispiel. Das war in einer anderen Gemeinde, in einer Region von Deutschland, in einer anderen Stadt. Dann bin ich einmal zum Mann gekommen. Während des Gottesdienstes, das war schon zum Schluss. Encounter, das ist, wenn keiner weiß, das heißt der Zusammenstoß. in Übersetzung aus Englisch. Zusammenstoß mit Gott. Wenn noch keiner da war, ich empfehle euch, da hinzugehen. Und am dritten Tag, wo wir uns schon aufeinander, auf Wiedersehen gesagt haben, sagen wir, das waren schon in drei Tagen. Ich habe gelehrt, die Menschen, die da saßen, die haben mich gelehrt. alle sind, haben getankt, den Himmel getankt. Und dann bin ich zum Mann gekommen und fingen an zu weinen, gegenseitig. Und die haben uns noch nicht mal kennengelernt. Und wisst ihr, an diesem Moment, wo wir geweint haben, dieser Mensch ist mein Freund. Stellt euch vor, ihr sagt mir selber, ich bin dein Freund. Und ich sage, ich bin jetzt dein Freund. und wir haben jetzt eine sehr offene Beziehung. Ich preis den Herrn dafür. Wirklich. Freunde, es gibt sehr wenige im Leben. Ich habe ein Thema, Freund. Möchtet ihr das Thema? Ich habe das Thema. Und ihr wollt, dann kann ich davon nächstes Mal sprechen. Wenn ihr bereit seid, können wir auch heute noch einen Gottesdienst machen. Später. Lasst uns heute einen besonderen Tag machen. Dann können wir heute noch mal einen Gottesdienst machen. ein bisschen später. Mit anderem Thema. Oder schon für nächsten Sonntag. Lasst uns, lasst uns wie im Restaurant. Ich möchte das und das und das bestellen. Ich habe verstanden, dass ihr hungrig seid. Oder im Geschäft, wenn du gehst. Du wirst so viele kaufen. So viele kaufen. Du kaufst auch ein. Dann hast du zu Hause gegessen. Wofür habe ich so viel Geld ausgegeben? Denkst du nach? So viel Zeug gekauft. Du kaufst sowas, das du nie, gar nicht isst. Du brauchst Fleisch, aber hast du Kekse gekauft. Einmal hat mich Elena hingeschiebt. Ich habe sowas gekauft. Bis heute kann ich mich noch erinnern. Und quält mich. Das brauche ich. Ich brauche zwei Kilo, habe ich ein Kilo gekauft. Und was man ein Kilo kaufen muss, habe ich fünf Kilo davon gekauft. Ich habe das danach geschaut, was man schnell essen kann und schnell zubereiten kann. So wie auch jetzt wir. Das Thema hat gerade angefangen und bist jetzt schon fast voll. Bis oben hin. Dann sagst du, nee, okay, zweiter Gottesdienst, nein, heute nicht. Danke. Also bitte, guten Appetit. Der Heilige Geist füttert heute. Er ernährt dich heute. Aber für mich als Pastor ist es wichtig, dass die Gemeinde hungrig ist. Das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist nicht einfach eine Predigt. Das ist wirklich ein Brot. Es ist wie ein Brot. Jemand braucht das heute. Also wenn du den Menschen umarmst, stell dir vor, das ist dein Freund, das ist dein Mann oder deine Frau. Wir haben hier Familien, die hier entstanden sind. Stell dir, ihr hebt eure Hände, wer hier zusammengefunden hat. Die sind zufällig hierher gekommen. Sei gesegnet, Frau und Mann. Wie heißt du denn? Alona. Ich bin heißer Edik. Und unser Sohn heißt jetzt mittlerweile Samuel. Reiß den Herrn. Also so ist es. Schön, wenn die Familien in der Kirche zusammenfinden, in der Gemeinde. Ich segne euch für diese Saison, einfach die, die noch nicht gefunden haben. Deine zweite Hälfte zu finden. Du musst nicht wegrennen aus der Kirche. oder in die Kirche. Es ist sehr besonders, wenn deine Partner und Kinder einfach mit dir dabei sind. Das ist wirklich eine Freiheit. Und alle kommen da rein. Weil meine Frau ist zwei Jahre ohne mich gegangen. Warum hast du früher mir nicht gesagt? Stell dir vor, wenn ich zwei Jahre früher gehört habe, dass meine Frau Christian ist, dann wäre ich vielleicht nicht hier, sondern ein anderes Thema vielleicht. Tavarische Genossen. Also gehen wir weiter ins Thema. Wie heißt das Gegengift für die Sünde? Also der Freund, das ist wirklich ein Werkzeug dafür. Also ich habe kein BH, das ist ein Mikro, was ich immer zurecht drücke. Ja, so ist es. Ja, funktioniert alles. Es drückt ein wenig weiter. Ich glaube, der Gott wird uns nicht in die Gemeinde prügeln, wenn dein erwachsener Sohn, Tochter, wenn du sprichst über Gott, sagst über Gott. Wenn die das nicht wollen, dann zwinge ihn nicht dazu. Wenn du möchtest, dass er das Gegengift bekommt für die Sünde, dann zwinge ihn nicht dazu, in die Kirche zu gehen. Ich weiß nicht, wie es ist mit mir, mit meinen Kindern sein. Also bis heute könnt ihr nicht auswählen. Die sitzen in meinem Auto, die werden wacht, dann gehen wir in die Gemeinde. Aber ich habe verstanden, dass Gott keinen zwingt dazu, in die Gemeinde zu gehen, in die Kirche zu gehen. In die Gemeinde geht man zusammen mit dem Vater, Hand in Hand. Komm, komm, wir werden dich heute befreien. So geht man in die Kirche. Die Geister vertreiben, die mit Wort Gottes dich schlagen. Nein, Hand in Hand mit Gottes Vater. Mit himmlischem Vater geht man in die Gemeinde. Man wacht auf, aber einfach nicht so verschlafen, weil heute ist der Tag. Ich möchte nicht verschlafen, nochmal den Gottesdienst am Sonntag. Nimm mir den himmlischen Vater in die Hand und komm in die Gemeinde und sag, bring mich in dein Haus. Ich möchte mit Heiligem Geist gehen, mit Jesus, mit himmlischem Vater, zum Gottesdienst. So möchte ich gehen. Versteht mich jemand? Aber weißt du, mit dem kommen wir oft. Wir bringen unsere Probleme Hand in Hand. Abhängigkeit. Na los, komm mit mir. Und jetzt gehen wir in die Offenbarung. Und dann führt dich nicht der Heilige Geist in die Kirche, sondern das Problem. Abhängigkeit. Die Vergangenheit. Und du bist in die Gemeinde. Du bist in die Gemeinde gekommen, aber du bist nicht in die Gemeinde. und jetzt kommt die Tiefe. Du bist jetzt nicht in der Gemeinde, weil du sitzt, aber um dich die ganzen Probleme abfinden können, die sich befinden. Hör mal zu, wenn du in die Gemeinde kommst, um dich sind Engel, Heiliger Geist, Jesus Christus und der Vater selbst, der himmlische Vater, der Gott. Ich spreche jetzt selber mir. Ich bin ja vier Jahre dahin gegangen, wo ich heute bin. Wo werden Christen geboren? In gläubigen Familien? Nein. In Traditionen werden Christen geboren, die man einfach ausfüllen kann. Nein. Werden Christen geboren? Nein. Die Christen werden geboren im Glauben an Jesus Christus. Deswegen sind die Christen. Deswegen sind die auch Christen. Es ist wirklich ein besonderes Thema, dieses Zusammenstoß zu treffen mit Gott, worüber gesprochen wird in dem Gauernraum. Wenn du in einer gläubigen Familie geboren bist, Christenfamilie, dann bist du kein Christ, noch lange nicht. Wenn du dich mit Christen unterhältst und Zeit verbringst, das heißt es nicht, dass du Christ bist. Christ wird geboren im Glauben an Jesus Christus. Amen. Genau in dem Glauben wird er geboren. Daher hat Jesus gesagt in Nicodemus, du musst geboren werden. Ja, du bist zu mir gekommen. Aber das heißt nicht, dass du erneuert wirst. Es heißt nicht, dass du den Christus angenommen hast, aber der hat angenommen. Versteht ihr, worüber ich spreche? Jeder von uns hat, dass Jesus angenommen hat. Und wir glauben, dass Jesus Christus es gab und die ganze Welt spricht darüber. Wenn die Menschen sagen, was Schlechtes ist Gutes. Aber trotzdem, glaubt ihr an Jesus Christus. Und Nicodemus war mit Jesus und der ist abends nachgekommen, hat mit Jesus gesprochen. Viele sagen, ich habe die Stimme Gottes gehört, aber das reicht nicht aus, sagt der Jesus. Es reicht nicht aus, die Stimme Gottes zu hören, in sein Wunder zu gehen, sein Zeichen. Es ist nicht ausreichend. Du musst geboren werden, neu geboren werden, an mich zu glauben. Ich bin der Himmelreich. Ich bin das Blut. Ich bin das Brot. Hört mich jemand? Ich möchte einfach, die ich hart mir geben. Zirka, du kannst nicht einfach in die Gemeinde kommen und neu geboren werden. Die Christen werden geboren in Jesus Christus. Ich kann dich nicht gebären und du kannst mich nicht nicht gebären, so geistlich gesehen. Ich lege jetzt die Hände auf und dann wirst du geistlich neu geboren. Ich habe so viele Menschen bekehrt, aber nein, die Menschen werden selbst geboren in Jesus Christus durch ihre Entscheidung. Ich gehe in die Gemeinde. Das ist ein Null. Das ist nichts, weil du musst geistlich neu geboren werden, sagt der Jesus. Deswegen sind viele Menschen, wo ich zu schaue, viele Menschen verlassen die Konfessionen aus verschiedenen Kategorien, aus verschiedenen Gemeinden, Kirchen, nicht weil sie satt sind, weil irgendwann sind die geboren worden, weil irgendwann sie an Jesus geglaubt haben, aber jemand hat ihnen die tote Tradition in die Schuhe geschoben. Aber glaub mir, wenn du lebendig bist, früh oder spät, wirst du das verlassen. diese Gegenwart. Wenn du lebendig bist, dann bekommst du den Durchbruch, dann wird der Fluss des Lebens einfach fließen und nicht die verfaulten Traditionen in dir. Diese Menschen verstehen gar nicht. Ich habe mein ganzes Leben da verbracht, in dieser Gemeinde. Aber nein, du bist geboren im Glauben an Jesus Christus. Was sind denn die anderen Menschen, wo ich war? und dies sind geborene Traditionen. Tradition, Gebärd, Tradition. Hört mich jemand? Jesus Christus gebärt Auferweckung von den Toten, das Leben. Daher in unserem Raum christophilen Menschen, Katholiken, Protestanten, Orthodoxen, Baptisten, ehemalige Menschen, weil wir sind im Glauben an Jesus Christus geboren. Wer glaubt an Jesus Christus? Amen. Wenn wir alle Hände gegoben haben, zum Schluss wird ein Gebet geben. Ich möchte, dass wir alle zusammen einfach aussprechen, damit die Menschen, ohne das zu hören, einfach das Gebet hören, wie wir unseren Jesus Christus annehmen als Gott. Jesus Christus als Gott. Ich bin zu Gott gekommen, als die Kraft Gottes mich befreit hat von verschiedenen Abhängigkeiten. Davon weiß ja jeder. Und so, wir sind wie gelehrt worden. Aber hört mal zu. Das ist aber keine Neue. Es ist aber keine Geburt. Neue Geburt im Geiste. Der Gott befreit davon alles. Ja, von dem ganzen Alkoholismus. Aber das ist keine Neue Geburt im Geiste. Sogar wenn der Gott dich da rausreißt, viele Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, über die du gar nicht weißt. Geh mal nach draußen und fragst, gab es eine Situation? Übernatürliche Situation in deinem Leben. Natürlich, sagte jeder Mensch. Und jeder sagt hiervon. Spricht davon, dass es Gott immer gerettet hat. zum Beispiel im Verkehr Autos sind nicht zusammengestoßen aus irgendeinem Grund. Ich habe so viele Freunde gehabt, die bis heute den Jesus nicht angenommen haben. Aber die Verkehrsunfällen, die waren schon bereits in der Projekte gelegen. Aber da haben sie sich langsam bewegt, dann wurden sie wieder zum Leben erweckt. damals verstanden, dass der Gott Sie gerettet hat. Aber das heißt nicht, dass du geboren bist, neu geboren bist im Geiste. Sogar wenn der Gott dich gerettet hat, hört zu, wie der speziell Heiliger Geist arbeitet. Jeder von euch möchte sehen, Heiliger Geist hat gesehen das Problem in der Gemeinde, weil die Gemeinde besteht nicht. Ich möchte jetzt in die Vermarung gehen. Ich möchte das aussprechen, was ich angefangen habe. Ich möchte, ich bin zu Wort gekommen, als ich mich befreit habe, habe Gott von meinen Abhängigkeit. Und viele Menschen sind neben Gott nicht, weil sie Gott geliebt, sondern wegen der Angst zurückzugehen. da, wo sie herkommen. Genau deswegen, nach der Befreiung, passiert nichts im Leben, weil die nicht auf der Liebe der Gottes stehen, sondern wirklich vor der Angst stehen, zurückzukehren, dahin zu gehen, wo die Einsamkeit, verschiedene Sünden herkommen, da formen die Angst. Der Heiliger Geist möchte dir sagen, dass du ein neues Leben bekommst. nicht die Angst zu machen. Stell dir vor, du bist Kind des Sünde, nicht Liebe Gottes, sondern Kind der Drogen, weil viele sprechen wir, ich früher war ja in Drogen und die Drogen haben mich zum Gott geführt. Nein, ich bin Kind Gottes. Die Drogen waren da in meinem Leben, weil die Zeit dafür da war. Schlechte Zeit. Versteht mich jemand, ich kann das nicht so erklären, aber ich glaube dann, dass du mir Geist zuhörst. Meine Krankheit hat mich zu Gott geführt. Gott hat mich zu mir geführt, seine Liebe hat zu ihm geführt, damit ich nicht mehr krank bin. Ich möchte Kind Gottes sein und nicht Kind der Sünde sein, weil selber, ich mag es, zu sprechen mit meinem Zeugnis, ich war früher so und jetzt bin ich so, aber der Gott sagt, nein, so ist es nicht, ich ändere alles. Wer hat dich geboren? Wenn du verstehst, dass Gott dich geboren hat, dann wirst du nie zurückkehren, da wo du hergekommen bist. Amen. Und so verstehst du, dass Drogen dich geboren haben, Alkohol, dass sie dich einfach rausgeschubst haben zum Gott, aber du nicht verstehst den, weil Gott dich liebt. Aber wenn du verstehst, dass es Gott gemacht hat, durch seine Liebe zu ihm, zu dir, dann wirst du keine Gedanken haben. Zurückzukehren, preist den Herrn. Und darüber, was ich gerade gesagt habe, das, was mir geöffnet wurde von durch den Heiligen Geist, das kann man gar nicht unterscheiden. Das ist alles okay, wenn der Mensch einfach Zeugnis ablegt, da wo er war, was er gemacht hat, aber das ist sehr, wie ein Messerschneider, unser Zeugnis, das ist unsere Kraft. Aber, wisst ihr, unter diesem Zeugnis versteckt sich, die Lüge ist so fein, und der Teufel hat auch Strategie, und der fängt uns in seine Fallen. Wir sind schon fast vor Gott, wie du den Kademus. Der wurde auch gefangen in der Lüge, wie viele Menschen, die einfach nicht in Gott gelangen, sondern sind daneben. Sie sind in der Gemeinde einfach vor Angst zurückzukehren in die Vergangenheit. Was hat Jesus gesagt? Ihm wurde gesagt, da sind deine Brüder und Schwester gekommen, deine Mutter. Und er sagte, nein, meine Brüder und Schwester, meine Mutter, meine Eltern, meine Familie ist neben mir, aber nicht da draußen, hinter der Tür. Wir lernen Deutsch. Warum sind die Mega-Kirchen? Große Kirchen, Gemeinde werden zerstört, werden immer weniger, weil sie durch die Sünde geboren wurden. Abhängigkeiten. Die sind nicht auf der Liebe der Gottes aufgebaut. Die Menschen lieben den Gott nicht, die haben Angst, zurückzukehren. Versteht mich jemand? Daher erhebt man diese Menschen. Komm, wir gehen weiter, wir machen weiter. Aber dieser Mensch hat Angst. Er sagt, ich habe nicht so viel Kraft. Weißt du warum? Weil der Mensch nicht auf der Liebe Gottes steht, sondern auf der Angst zurückzukehren. Kommst du zu einem Menschen, dann sagt er, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe. Und dann siehst du, dass dieser Mensch einfach mehr, tiefer in der Altbetung ist. Und der andere sagt, nein, ich kann das nicht, verstehst du mich? Und jetzt verstehe ich, dass diese Angst, die zurückhält. Und ich möchte, dass du heute befreit bist, jetzt sofort, von Angst, dass du zurückfallen kannst. Und einfach auf die, das Fundament Gottes stehst, jetzt versteht und behalten, dass die Menschen, wenn sie in die Gemeinde kommen, kommen nicht zu Angst, sie kommen zu Gott. Das ist nicht eine, dass du hier heilig sein kannst, dann bist du vollgetragen nach Hause gegangen. Nein, hier ist Liebe, hier ist Gott, hier ist keine Angst. und wenn jemand, wenn wir auf uns Angst tragen, dann können wir nicht mal miteinander sprechen, weil alles wird verheimlicht, Geheimnisse und, und, und. Du kannst gar nicht planen, aber wenn du heiligen Geist kommst, dann wird alles hell, erleuchtet. Ist es so hell, du kannst dir selber gar nicht vorstellen, wie hell es ist. Angst, tötet viele Christen. Daher möchte ich dich einladen in die Gemeinde, nicht wegen der Angst, sondern aus Liebe zu Gott. Ich bin hier, weil ich hier, weil ich dich liebe, Jesus Christus, Gott, weil ich dich liebe, heiliger Geist, und nicht, weil ich Probleme habe. Und Jesus sagt doch, ich habe alles gelöst für dich. Ich bin gestorben und auferstanden wegen deiner Gesundheit, wegen deinem Problem, wegen alles, was du hast. komm einfach, mit einfacher Sprache, komm einfach und liebe mich, Tochter und Sohn. Und die Eltern verstehen vielleicht, wenn die Eltern schon erwachsen sind, oder älter sind, wenn die mit Eltern sich unterhalten, weil sie was brauchen. Aber Eltern geben doch sowieso, egal, ob du das brauchst oder nicht, egal, ob du dich aufführst als Kind, bekommst du was von den Eltern, was du brauchst. Egal, ob du die Menschen, äh, die Eltern überraschen möchtest, aber nein, die Eltern wollen, dass sie dich einfach lieben. Genauso auch Gott. Die lieben dich einfach so. Erlieb dich. Nicht, dass der Christ einfach so denken muss, ich muss in die Kirche kommen, um Probleme zu lösen, aber nein, einfach Gott zu lieben, zu verstehen. Man muss im Glauben neu geboren werden, in Jesus Christus. Ich möchte zu den Menschen sprechen, die einfach Kinder der Sünde sind. Vielleicht ist es, reicht es vielleicht. Was hat sich verändert, wo du gesehen hast, dass du die Heilung bekommen hast, Fragen, auf deine Fragen, Antworten bekommen hast. Was hat sich verändert in deinem Leben? Jeder Mensch, jeder Mensch wird geheilt durch die Gnade, Gottes, wenn die Gemeinden kommen. Kennt ihr diese Zeiträume, wo die Menschen einfach die Antworten bekommen, einfach so? Aber was hat sich verändert in dir? Wird es so weitergemacht, aus Kraft in die Kraft? Oder bleibt es auf einem Level stehen, in einem Bereich stehen? Wenn es so ist, dann bist du irgendwo stehen geblieben. Dann macht das nicht der Heilige Geist, sondern das Problem, was dich zurückhält. Wenn viele Menschen werden geheilt, wir sehen viele Menschen, die geheilt werden und die leben auch mit der Heilung, physisch, geistig, seelisch, aber im wirklichen Leben passiert nichts, ändert sich nichts. Warum? Weil da innen drin Angst ist. Daher möchte der Heilige Geist erklären, jeden von euch, dass wir hinter Gottes werden sollen. Menschen, Menschen, die einfach Angst haben, nicht einfach um Jesus zu sprechen, nicht einfach zu beten, aber absolut das Glauben, bist du geboren worden im Glauben an Jesus Christus oder bist du geboren im Glauben an Problemen, Krankheiten oder bist du in ein Wunder geboren. Das wirst du alles bekommen, einfach so. Das wird dich einfach verfolgen, parallel. Alles, das ganze Leben, das wird dich einfach erfüllen. Wenn du an Jesus Christus glauben wirst, dann wird es alles verfolgen, nicht ein Element an Jesus Christus. Ich danke Gott, dass heute noch mehr Menschen sind als sonst. Preis den Herrn. Es ist fast voll. Ich möchte, dass die Menschen nicht wieder gehen. das weniger werden. Deswegen spreche ich, predige ich heute wieder das letzte Mal. Damit keiner dich mehr rausreißen kann, dass du immer bleibst auf dem Plattform Fundament von Jesus Christus. Dass keiner mehr dich geboren kann von den Menschen, sondern dein Glauben dich gebärt. Jedes Mal im Geiste, egal wo du dann bist, egal wo du hinfährst, nach Hause, es werden Wunder, es werden Wunder, es werden Wunder, Zeichen, Feuer, und alles wird sich beenden in deinem Leben, weil du glaubst an Jesus Christus. Und ich möchte aussprechen, dass die Zeit ist gekommen, neu geboren zu werden im Geiste. Nicht einfach in die Gemeinde zu gehen, sondern wirklich geboren werden, jeden von euch. Denkt drüber nach. Denkt drüber nach. Denkt drüber in Gebieten, zu Hause. Bitte. Aber zögert nicht, weil wir haben nur zwei Wege, in den Himmel oder in die Hölle. Und wir möchten auch keine Angst machen damit. Wir waren vor kurzem in Urlaub in Ägypten und die Kinder wollten Kamäle reiten. Da habe ich einen gefragt, ob das möglich ist. Da habe ich nachgefragt, was gibt es für Möglichkeiten. Da haben sie gesagt, kein Problem. Wien, Garten Eden, alles ohne Probleme. Man muss nur bezahlen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, wir brauchen Kamäle. Haben die uns alles vorbereitet. Ja, wir sind losgefahren. Und man hat uns, stellt euch vor, die Kamäle sind irgendwo in der Wüste. Wir sind sehr lange gefahren. Und wo wir gesehen haben, die ganzen Autos, die gekommen sind, um uns da hinzufahren. Wir mussten noch dazu, Sachen gar von Zubehör, Brille, Bücher, und, und, und. Wir haben verstanden, dass es nicht einfach so ist, einfach Kamäle zu reiten. Wir sind sehr lange gefahren in die Wüste und haben uns erklärt, dass wir in ein Dorf fahren, mit den Beduinen. und wir haben einen Tag, wie sie leben, wir haben Tee getrunken, Kamäle sind noch nicht aufgetauscht. Irgendwann sind wir zu den Kamälen gekommen. Dann habe ich Kinder gesehen, wie die sehr gut umgehen, so ganz kleine Junge, haben sie einen großen Kamel einfach hin und her geführt, befehlt ihm, was er machen soll. Dann siehst du, wie die das sehr geschickt machen, in der Wüste. Das ist ein Element von der Wüste. Also Wüste ohne Beduinen ist keine Wüste. Und da habe ich angefangen, Predigt zu schreiben, dafür, dass, wenn man in der Wüste leben möchte, man muss in der Wüste geboren sein. Man hat uns erzählt, danach, wenn die kleinen Kinder da geboren werden, dann macht die Mutter, die Muttermilch wird noch Gift von Schlangen dazugegeben, also im Laufe der Kindheit, wenn sie ganz klein sind, solange die Muttermilch fließt und damit gefüttert wird, das Kind, damit das Gegenwüste sich entwickelt wird, Immunität entwickelt wird, gegen den Biss der Schlangen. Und ich habe verstanden, dass andere, dass ich nicht in der Wüste leben kann, egal wie ich das möchte, egal wie stark ich bin, du genauso. So wie auch Beduinen nicht in der Wolkenkratze leben können, für ihn ist es auch tot. Und als der Nikodemus kam zum Jesus und fragte und sagte, Jesus, ich verstehe, dass ohne Gott, was du machst, kann man nicht machen, was soll ich machen? Und Jesus sagte, du musst neu geboren werden, im Geiste, damit du die Taten, das Himmelreich ist. Deswegen, solange du nicht geboren wirst, im Geiste, neu geboren wirst, im Glauben an Jesus Christus, dann wirst du den Himmelreich nicht sehen und du wirst auch nicht verstehen, wer Jesus Christus ist, Heiliger Geist, und wirst auch keine Wunder und Zeichen sehen, über die die Bibel spricht. Das möchte ich kein Beleidigendes, das ist einfach dafür, damit ihr euch darüber nachdenkt, damit ihr eure Schicksale und Leben dem Gott gibt. Und alle verstehen doch, es ist wirklich das Letzte, wo man hingehen kann, überhaupt. Sein Thron. Es ist das letzte Element von Vergangenheit, alten Leben, wo wirklich neues Leben, echtes Leben beginnt. Daher hat das Jesus ihm gesagt, wenn du nicht neu geboren wirst, durch den Glauben an Jesus Christus, kannst du nicht leben können, wirst du nicht leben können im Himmelreich Gottes. Daher möchte ich freisetzen, das Gegengift für die Sünde. Nur der Jesus Christus ist geboren für die Sünden der Welt. Daher ist das Gegengift, den anzunehmen Glauben. Und so wirst du immer gequälter sein, und als alles wird dich quälen, auf die Menschen um dich. Die werden dich einfach töten. Die werden dir nichts in deinem Schlimmen sagen, aber nur durch das Leben, was sie leben, die werden dich einfach zerdrücken, wie eine Fliege. Weil ohne Kompromisse, Kompromisslosigkeit ist stärker wie Kompromissbereitschaft. Wenn du dir Sünden nicht folgst, aber dem Menschen folgst, weil der Mensch seine Sünde lebt, kann nicht daraus. Warum? Weil bei mir es das Gegengift, Jesus Christus, und bei ihm nicht. Und dann, Heiliger Geist, hat mir in der Wüste gesagt, sehr viel gesagt, Sohn, du brauchst, wenn du Himmelreich sehen möchtest, dann musst du neu geboren werden, in dem Himmelreich. Wie? Der einzige Stür ist, Jesus Christus. Und dann wirst du auch keine Fragen mehr haben. Egal, in jährlichen Bereichen, Zehnte, Bündnisse, und, und, und. Dann wirst du ein ruhiges Herz haben, und man kann Angst haben. Aber wenn ich das von mir gebe, verstehst du das? Wenn der Mensch sagt, wenn ich das losgebe, das spricht ja darüber, wie kann ich leben, alten leben, verstehst du das? Wenn ich das ohne alles abgebe, wie kann ich leben, mit meinem alten Leben? Wenn das passiert in mir, in meinem Leben, das heißt, dass du Angst hast, dass du nicht so leben kannst, wie vorher. Aber wenn der Gott sagt, komm, jetzt, gib mal, gib mal, gib mal los, lass los, kam der Gott zum Mund, und sagte, Jelena und Alex, hört mit allem auf. Und bis heute habe ich mich immer noch die Gedanken. Aber wir hatten keine Angst, das loszulassen. Ja, wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir waren nicht einfach Juristen. Oder wir waren da bei der Polizei in der Ukraine. Und Steuerefahnder. Nein, nicht nur das. Wir wollten immer besser leben, wie auch die Eau. Daher haben wir im Kopf immer verschiedene Momente durchgedacht. Und der Gott kam und sagte, lass das alles los. Wir haben das in Ruhe losgelassen, alles von sich gegeben, Geld abgegeben, alles, ohne Erklärungen. Aber für den Menschen war das mir egal. Für den Menschen war das schlimm. Aber für den Gott ist Gehorsamkeit viel wichtiger. Ungehorsamkeit ist gleichgesetzt mit der Zauberei und Okkultismus. Ich kann nicht stärker werden. Ich kann nicht eine Persönlichkeit werden. Nimm das gegen Gift. Wenn du zum Jesus gehoben bist, solange du Milch trinkst, lebe nach Standarten des Himmels, Offenheit, Segen, Gutes, Sauberes, Reines. Wenn du mit solchen Elementen leben wirst, sich füttern, ernähren wirst, dann wirst du, vielleicht kannst du das nicht machen können, jetzt, aber später, aber später. Wenn die Zeit kommt für dich, dann kannst du das machen, vollbringen. Amen. Ich möchte auch zu den Menschen sprechen, die schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde, in der Kirche sind. Stell dir vor, die Zeit ist gekommen, jetzt, dass du für Menschen beten sollst, Geister vertreiben sollst. Durch dieses Wort wird es. Was darfst du mit Geistern ausfragen? Die Bibel sagt, ich habe euch die Kraft gegeben, auf die Schlangen zu drehen. Skorpione, sie in den Händen zu nehmen. Markus 16 oder Matthäus. Ich habe das in meinen Konspekten unterlagen. Das heißt, dass der Jesus uns seit dem Moment, wo wir neu geboren wurden, das Gegengift gegeben hat. Für alles. Für alles. Daher, wenn der Jesus uns berufen hat, zusammen mit der Linde, und sagte, geht und betet für Kranken, leckt eure Hände auf, die abhängig sind, die nicht befreit sind, wo die von Geistern gewählt werden. Leckt eure Hände auf und habt keine Angst, weil ich habe das Gegengift. Weißt du, welches Glauben an Jesus Christus? Wie macht er das? Ich mache das. Ich bin Kind Gottes. Du bist Kind des Problems. Aber ich werde nicht dadurch angegriffen. Viele Gottesdienste, viele wir wissen, diese Menschen, die da so gedient haben, die mittlerweile unter psychischen Störungen leiden, und in Krankenhäusern, Gottesdiener. aber ich habe das Gegengift. Und jetzt im Namen Christus spreche ich aus, weil der Graf Gottes hier jetzt ist, jedem Geist befehle ich, sich ruhig zu verhalten. Und wenn du es verstehst, dass du dich davon befreien möchtest, du bist gekommen in die Gemeinde von Jesus Christus. Darüber spricht man hier. auch. Die Zeit ist gekommen, darüber zu predigen. Stellt euch vor, die Menschen sind größer, die Menschen sind alles größer geworden. Das reizige Problem ist hier. Die Menschen brauchen die Lösung dafür. Evangelium von Marka 16, 14. bis 20. Stich. Nachdem, wenn ein von den Jüngern siedelte bei Stabem und jelte, er sich selbst verurteilt werden, und verurteilt werden. Markus 16, 20. Wer glaubt und sich laufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden begleiten, die Glauben in meinem Namen werden die Dämonen zutreiben. Sie werden nur in Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen fassen und ein tödliches Gift trinken, wird ihnen nichts schaden. Die Kranken, die sich Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich auf die rechte Seite Gottes. Zungensprachen. Das ist die. 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 Alles kommt in eins heute. Viele sind schon seit mittlerweile. Besteht jetzt auch keine. Bestellt jetzt auch keine. Pastor, komm, gib noch mehr. Also trink mal ein bisschen Wasser noch. Also nochmal. Wenn die Schlangen fassen, natürliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, wenn sie Hände auflegen, werden sie gesund. nachdem Jesus zu ihnen gesprochen hat, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. das ist Ostern. Wenn du Jesus nicht kennst, dann sei vorsichtig damit. Weil du kommst automatisch im Glauben von Jesus Christus. Und was haben die Jungen gemacht? Sie gingen aber überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Das waren die keine Kinder der Wunder. Er hat sie bekräftigt durch die Wunder, weil sie geglaubt haben an Jesus Christus. Familie. Jetzt ist wirklich, wenn jemand es nicht versteht, wenn jemand schwierig ist, schwierig ist, das zu hören, dann brauchst du hundertprozentig die Befragung davon. Du musst neu geboren werden. Wir werden heute beten, hat der Heilige Geist gesagt. Wenn du das spürst, dieses Schwierig, diesen Druck, dieses Unverständnis, ich werde Hand auflegen, aber es wird Hand von Jesus Christus sein. Ich glaube an Jesus Christus, sondern wirklich, ich spüre das. Es gibt Menschen, die mit großem Druck hier sind. Im Inneren, du bist in der Gemeinde gekommen, nicht zu tanzen, sondern Befragung zu bekommen. Es ist gut, dass dein Herz davon befreit wird, was dich bedrückt, indem Jesus dich öffnet. Wenn du Krankheit hast, dann brauchst du glauben an Jesus Christus und nicht die Angst, dass die Krankheit dich nehmen, die alles nehmen wird. Wenn du Probleme hast mit Alkohol, dann brauchst du den Jesus Christus. Jetzt glaubt man an ihn und nicht die Angst, dass Alkohol dich töten wird. Sag mir bitte, wovon erscheint sich das Wort Gottes, wenn du nicht geboren bist, neu geboren bist, im Geiste. 1. Korinther 6, 19-20 Habt ihr denn nicht vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und dir gehört nicht mehr euch selbst. Das heißt, deinem Körper, was du trägst, das gehört gar nicht dir. Stell dir vor, egal ob du deinen Körper liebst, aber das gehört nicht dir. Diese Knochen, Muskeln, Haare, schönes Gesicht, das gehört nicht dir. Gott hat euch als sein Eigentum beworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass Gott Ehre macht. Die Jungs haben heute, ich wollte heute auf die Bühne gehen, heute Morgen bei einem Lied, einfach auf die Bühne und einfach tanzen. Das war richtig Freude. Ich musste, das war das erste Mal, wie ich das gehört habe. Das war heute Premiere für das Lied, das erste Lied. Ich war richtig ernst, aber ich musste das loslassen aus mir. Ich wollte auf die Bühne und einfach tanzen. Ich bin Pastor, ich kann das machen. Ich wollte einfach tanzen und einfach hochschmeißen. Ich konnte mich sehr schwierig zurückhalten. Sehr schwer war das für mich. Also scherz nicht mit dem Pastor so. Pastor, morgen wird es lustig, dann möchte ich den Heiligen Geist bieten, dass es alles in einem ist. Und so, und so ist es wie eine kalte Dusche. was unterscheidet, genau wie Gott ist unterscheidet. Es steht ja auf der Zigaretten-Schachtel auf, dass das Rauchen zum Tod bringen kann. Das heißt, du kannst nichts zu dir nehmen. Rauche nicht dein Körper, dass du keine Tätowierung machen sollst. Und, und, und. Wenn jemand sagt, in der Bibel steht das gar nicht, dass du keine Chemie einnehmen sollst. So was steht auch gar nicht, oder? Da steht nämlich nicht mehr drin, dass du nicht rauchen sollst. Es gibt sowas. Da steht eins, du bist der Tempel Gottes, das ist nicht dein Körper, dass du dich darum kümmern sollst. Das war's. Punkt. Die Zigaretten-Schachtel. Rauchen ist gleich Krebs. Rauchen tötet dich. Ich hab's vergessen. Früher hab ich das gewusst, aber jetzt hab ich das vergessen. Wo ich das erste Mal gelesen habe, dass der Rauchen die Gesundheit gefährdet, das früher gar nicht mehr gemerkt. Musste ich mich jetzt erinnern, was steht denn jetzt auf den Zigaretten-Schachteln. Wissste, jetzt werden sogar die ganzen Organe abgebildet auf den Zigaretten-Schachten, die schon beschädigt sind. Und das sind so zwei Beispiele. Wie unterscheidet sich das Wort Gottes, was sagt, dass du deinen Körper nicht töten sollst und die Zigaretten-Schachtel. Beides macht aufmerksam, dass es gefährlich ist. Amen. Aber der Sinn des Wort Gottes wird auf der Liebe Gottes aufgebaut. Und der Sinn des anderen wird auf der Angst aufgebaut, dass du nicht sterben sollst. Zwei Plattformen, zwei Fundamente, Leben und Tod. Eine Plattform sagt, wenn du dich darum kümmerst, dann wirst du leben. und dein Körper, dieser Zweite, dass der Tod Trost zu kommt. Also, mach den Zeitraum größer, selber, und dann steht einfach normal. zwei verschiedene Worte, zwei verschiedene Worte. Aber eine Not, eine wird auf Liebe aufgebaut, dass der Gott dich sehr liebt. Mach das bitte nicht, weil in Liebe Gottes wirst du alles bekommen und haben. ja, du hast dein Leben verändert, nach der Krankheit, aber das ist nicht genug. du hast dich befreit von Alkohol, von Drogen, das ist gut, aber das ist körperliche Befreiung. von der Sünde. Von der Sünde. Kannst du dich nur befreien in Jesus Christus. Wenn du verfolgt bist von der Unglauben, Hass, nicht vergeben. Warum trägst du es noch mit dir? Du musst neu geboren werden im Geiste. Sogar wenn dieses Unglauben kommt, dass du irgendwas machen möchtest, dann wird der Heilige Geist gleich mit dir arbeiten und dann wirst du von dem Bösen wieder einfach davon abkommen. Du wirst sehr schnell die Entscheidung treffen, den richtigen Weg zu wählen und zu gehen und nicht in das Alte zurückzukehren. Versteht. Du wirst nur von der Sünde befreit, nur durch Jesus Christus. Nur durch dein Glauben an Jesus Christus. Wenn du dich befreien wirst, dann brauchst du das Glauben an Jesus Christus. Du musst neu geboren werden. Geistig. Dann wirst du keine Angst haben, wenn du Krankheiten hörst. Sogar in deinem, wie man zu dir davon spricht, wenn die Dämonen angreifen, attackieren oder davon gesprochen wird, dann wirst du keine Angst haben. Du wirst verstehen, dass du gebraucht wirst, dass du die Hand auflegen kannst und sagen kannst, verschwinde in Jesus' Namen. Wir machen das hier nicht. Hier gibt es Kinder, hier gibt es Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst-Encounter. da findet statt, das Treffen mit Gott. Wenn er versteht, davon befreit ist, da kommt alles, Wahrheit, Heilung und so weiter. Und alle, die da waren, sagen Amen. Hat keinen getötet, Encounter, sondern anders. Die wollten da für immer bleiben, für die Ewigkeit. Manche sind auch geblieben, natürlich. Preis den Herren, es gab einen Fall. Es gab einen Fall, ja. Einen Fall gab es. Eine Frau ist gleich von Encounter zu Jesus Christus gegangen. Und das ist ein Level. Und wo ich die Frage stelle, wozu sie seit ihr hergekommen, hat sie gesagt, ich bin in die Gemeinde gekommen. Ich bin nicht einfach so gekommen. Ich bin zum Gott gekommen. Und so ist es auch gekommen. Gott sei Dank, stell dir vor, wenn ihr an dem Tag nicht gekommen werdet, denkt drüber nach, über euer Leben. Kümmert euch um euer Leben, nicht um deine Probleme, deine Taten. Was wird mit dir sein, wenn der Jesus Christus kommt und dich dir, dich, und sagt dir, in den Himmel kommst du, kommst du nicht, kommst du in die Hölle. Was wird mit dir sein? Hier gibt es keinen Zirkus. Es ist hier dafür da, das Wort Gottes wird ausgesprochen, dass du ewiges Leben bekommst. Das ist Gemeinde. Versteht ihr nicht, woher ihr hergekommen seid? Es ist nicht dafür da, dass du Probleme hier löst. Gott hat mir gesagt, ich soll hier stehen, ich soll keine Angst haben, wenn du meinen Himmel daraus sprichst. Du hast nicht verstanden, wozu die Gemeinde brauchst, die Kirche. du hast noch nicht verstanden, vielleicht ist die Krankheit nicht, wird dich nicht verlassen, aber es ist das Ewige in dein Leben gekommen, ewiges Leben. Ob du das Gegengift bekommen hast für die Sünde, oder hast du Segen bekommen, hast du richtige Worte gehört, dir ist es leichter geworden, dann bist du wieder zurückgegangen. wie es in der Bibel steht, dass die Hunde wieder zu einem Ausgekotzten zurückkehren. Warum Hunde? Weil die nicht neu geboren wurden im Geiste. Sammelt nicht das Mitleid hier oder gute Worte von Demotivation und hört, es gibt ewiges Leben. Es ist kein Scherz, dass es auch Hölle gibt. Darüber wollte ich noch nicht mal sprechen. Das ist kein Scherz. Deswegen spreche ich heute auch offen darüber. Darüber hat auch Paulus gesprochen. Er braucht die Kraft der Auferweckung. Jesus ist gestorben, aufgestanden. Er war der einzigste Träger davon. Damit heute deine Existenz einfach zum Leben kommt, dass du heute in Jesus Christus lebst. Es gibt verschiedene Glauben, aber nur Glauben an Jesus Christus. Nur Jesus ist für die Sünden gestorben. Buddha und alle anderen, die sind nicht für deine Sünde gestorben. Der war einfach da. Der war ein Mensch, der genauso gesucht hat und an irgendwas geglaubt hat. und du streichst uns dem Buddha den Bauch. Gibst Geld aus dafür, aber gib Geld für dein Leben aus. Wer rettet dich? Jesus Christus oder irgendeine Statue? Wer rettet dich? Seid ehrlich. Ich weiß, beim nächsten Mal werden weniger Leute da sein, aber wenn du möchtest, komm beim nächsten Mal auch. Lass uns schauen, ob weniger geworden ist oder mehr. Aber glaub mir, wenn ich das heute nicht mache, wird das vielleicht meine letzte Predigt sein, heute. Daher muss ich davon sprechen. Ich möchte euch sagen, dass du die Kraft der Aufwirkung brauchst, heute. Und hab keine Angst, alles zu verlieren, was du heute in deinen Händen hast. Verliere es, damit du Neues bekommst, bevor der junge Mann zum Jesus gekommen ist. Ich möchte dir folgen. Jesus sagte, du musst alles hinter dir lassen. Alles das brauchst du nicht. Alles, was in deinem alten Leben ist, das brauchst du in neuem nicht. Was sagt der Pastor? Nur so sagt er so. Was sagt die Bibel? Was der Heilige Geist mir gesagt hat, was spreche ich heute aus, hier auf diesem Ort. Deswegen bist du auch heute hier. Und ich spreche zu euch. Kinder der Probleme, der Sünde, der Krankheit. Ich möchte euch bitten, werdet heute Kinder vom lebendigen Gott. Dann werdet ihr sehen, so ein besonderes Leben, dass ihr schockiert werden seid, wie Gott, was für ein fürsorglicher Vater Gott ist. Nimm alles von dir, Traditionen, Verständnisse, Wissen, alles. Das Erste, wenn du Gott nicht kennst, wenn du den nicht liebst und machst es nicht aus Liebe zu ihm, alles, was du kennst, alles diese Informationen, die du hast, das wird dich irgendwann töten. Dann bist du auch nicht da und nicht dort. Versteht mich jemand? Versteht jemand das Thema? Wer nicht? Verstehst du dann beim nächsten Mal? Ich möchte, du musst es einfach aussprechen. Ich bin heiligem Geist dankbar, dass das Thema ausgesprochen wurde und ihr das gehört habt. Ich bin dankbar dem Gott, dass etwas geändert wurde heute in der Atmosphäre. Wir können das machen, was ihr wollt. Wir können sitzen bleiben, stehen, weil hier ist Gott. Ich rufe dich, Heiliger Geist, unserem Fleisch, den Mund zu stopfen, unseren Krankheiten, Problemen. Und ich bitte dich, die Neugeburt im Geiste, hierher auf diesen Ort. Alle Pharisäer, alle Menschen, die in die Kirche gekommen sind, weil die Probleme, die Menschen hierher geführt haben, ich glaube, dass vom heutigen Tag, dass der himmlische Vater dich hierher führen will, wird, dass du mit ihm kommen wirst, hierher, weil er dich in sein Zuhause führt. Ich zerbreche jetzt in Jesus' Namen jede Abhängigkeit vor den Traditionen, vor den Menschen, dass jetzt sofort die Freiheit kommt, in jedes Herz kommt, in jeden Verstand, dass die Angst, zu sterben, einfach dich nicht zurückhält. Angst, Arbeit zu verlieren, Finanzen zu verlieren, dein Nächsten, dass diese Angst einfach dich nicht zurückhält, dass in der Gemeinde von Jesus Christus einfach die Liebe Gottes hält. Liebe Gottes, die das Gegengibst ist, die das Gegengibst ist für Sünde, Gerüchte, Liebe Gottes, sie gibt nicht zurück, sie nimmt es alles, Gutes und Böses, hört mich jemand, sie nimmt alles auf, die Liebe Gottes. Ich möchte euch dazu berufen, bitte, hört, er hört, hört den Gott jetzt. Wenn du glaubst, dass Gott es gibt, dann bist du nicht einfach so hier. Dann ist er gekommen, dann ist er gekommen zu dir nach Hause, dass er dich zurück hierher geführt hat. Du bist übernatürlich hierher gekommen, du weißt gar nicht, warum du heute hier bist. Wenn alle schreien, wenn alles nicht so ist, wie du dich vorstellst, aber im Geiste verstehst du, dass es Wahrheit ist, Gottes Wahrheit ist. Amen, Familie. Du verstehst in dir, ganz tief in dir, dass es genau das ist. Ja, dieser schreiende Pastor, aber dass es Wahrheit ist, dass die Wahrheit in dir, in dich reinkommt und befreit. Ja, deine Ohren sagen dir, das ist Blödsinn, aber dein Herz, dein Herz wird nicht lügeln. Er sagt ja, ja und ja und ja. Und ich spüre, wie er schreit, es ist in der Abhängigkeit, in der Sklaverei, von deinem Verstand, von deinen Plänen, in der Sklaverei. Aber dein Herz kannst du nicht befehlen, sagt man in der Welt. Und Gott hat dein Herz hierher geführt und er heilt dein Herz, jetzt sofort, in Jesus' Namen. Liebe Gottes, dir sagt, der Angst, bleib stehen. Das ist jetzt mein Leben, sagt Gott. Dein Leben, das ist mein Leben, sagt Gott. Soll jemand versuchen, dich zu berühren? Soll jemand versuchen? Und wenn er dich berührt, dann beneide ich nicht diese Leute, beneide ich nicht diese Leute. Wer kann gegen mich treten, wenn der Gott mit mir ist, wenn ich Christ bin, wenn ich im Glauben geboren wurde, an Jesus Christus, nicht Tradition hat mich geboren, und ja, wenn man in mir alles nimmt, aber was bleibt? Glauben an Jesus Christus, den mir keiner nehmen kann. Ich spreche zu den Herzen, ich spreche zu den echten Menschen, die verstehen und glauben, dass Jesus Christus sie geboren hat und zum Leben bewegt hat. Dann sagt auch Gott, geh in die Tür, schreite hinein, geh in die Tür, den Namen trägt Jesus Christus. Geh hinein. Vielleicht hast du Zweifel. Mein Traum ist als Pastor, als Gottesdiener, dass du heute den Saal verhältst, dass du keine Zweifel mehr hast, dass du Kind Gottes bist. von Gott und Hanf. von Gott und Hanf. Von Gott und Hanf.